Dieser Preis geht dieses Jahr an Universitätsprofessor Magister Magister Dr. Josef Schuch. Gratuliere. Herzliche Gratulation. Leider kann Herr Dr. Schuch heute Abend nicht hier sein. Der Preis wird von einem Kollegen Empfang genommen. Ich darf Dr. Christian Wilblinger bitte auf die Bühne bitten. Ich gratuliere als Stellvertreter. Sie müssen diesen Händedruck gut aufheben und weitergeben. Als großer internationaler Steuerberater sind wir tagtäglich mit internationalen Steuerfällen konfrontiert. Und so ist es eine große Freude, dass der Preis für internationales Steuerrecht an The Lloyd, an Josef Schuch als Vertreter für diese Kategorie gegangen ist. Und im Namen von Josef Schuch, der heute leider nicht da sein darf, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die Unterstützung unserer Klienten. Es ist eine Freude, tagtäglich in die Arbeit zu kommen und so einen Award zu bekommen. Trägt dazu bei, dass man auch in den nächsten Tagen und Jahren immer mit Freude bei der Sache dabei ist. Also, das ist eine Freude für das Ergebnis. Wer ist da? Und jetzt? Das ist ein paar Minuten, das ist ein paar Minuten. Vielen Dank. 30 Sekunden, das ist ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020